Wo fahr man jetzt hin? Da scheint mir eine leicht größere Stadt zu sein. Ja, ich kenne mich hier halt auch gar nicht aus, wo man was finden könnte oder so. Wir könnten nach Heli-Absturzstellen suchen. Das könnten wir machen. Ähm, was war das für ein dicker weißer Punkt? Ähm, nicht im Ernst. Ähm, man kann dieses Flugzeug... Was... Wieso kann ich dieses Flugzeug anvisieren? LOL! Man könnte mit diesem Flugzeug fliegen. Aber wieso kann man nicht einsteigen? Ich konnte es aber safen. Und ich kann es anvisieren. Aber Gear hat es auch keins. Alter Vater! Wie geil das wäre hier mit diesem Flieger... Hier rum zu fetzen. Ja, schauen wir mal weiter. Da hinten habe ich eine Stadt gesehen. Da fahren wir mal hin. Also richtig, Stadt ist es auch nicht. Ich habe nur in den letzten 10 Minuten geblieben. Ich habe es nicht wirklich geblieben. Ich habe es schon geblieben. Als Maul... Ich... Ich höre einfach nur, ob jemand was... Ähm... Wegen dem Fahrrad sagt. Als mich jemand gesehen hat. Ich habe es nicht gesehen. Ähm... Haben Sie... Ich habe... Ich habe... Oh Gott, was ist in der Rückkopplung? Haben Sie gefunden das Flieger, das wir geblieben haben? Nein... Nein... Wie lange habe ich das Flieger mit dem? Ah... Ah... F***ing Busch! Nein! Ich hänge jetzt nicht im Stein fest. Glück... Glück gehabt. Naja... Komm jetzt! Ich... Ich konzentriere mich gerade weniger aufs Fahren. Ich habe da nämlich wieder so einen... Dicken weißen Punkt gesehen. Dass hier irgendwo ein... Fahrzeug steht. Ah... Jetzt ist er weg. Jetzt ist der Punkt weg. Scheiße! Oh Mann! Wo fahre ich jetzt hin? Ich würde schon gerne an dieses Airfield, aber... Ihr habt ja selber gesehen, was da los ist. Das ist mir... Eindeutig zu gefährlich. Also zu viele Zombies. Was ist denn das da hinten? Schauen wir da mal hin. Wenn ich schon kein Heli finde... Was ist das? Ein Busch! Ist das ein Auto? Oder wieder nur ein fucking Stein? Das ist wieder nur ein Stein. Dann fangen wir mal diesen... Süßen kleinen Weg entlang. Vielleicht finde ich ja hier ein... ein... Tralala. Ein Hubschrauber. Aber ich kann... wieder nichts erkennen. Hm. Eine Map wäre geil. Eine Map wäre ja richtig... lecker. Da würde ich mich jetzt freuen. Aber hier in diesem kleinen Kaff denke ich... lohnt es sich nicht... nach einer Map zu suchen. Hm. Da steht ein Auto. Ein Auto. Und das sieht so heile aus. Und ich werde jetzt wahrscheinlich gleich abgeschossen. Fucking Shit. Wir haben ein... geiles Auto. Vom Fahrrad zum Auto. Okay. Was kann jetzt noch kommen? Als nächstes finden wir dann den Heli wahrscheinlich. Alter. Dann war hier wahrscheinlich noch überhaupt keiner, wenn hier... tolle Fahrzeuge rumstehen. Leute. Was ist denn das für eine Stadt? Hier würde es sich glaube ich lohnen, nach einer Map zu suchen. Aber... wohin mit meinem Auto? So. Mein... Verstecken ist hier nicht. Oh Mann. Ich hätte das Auto erst finden sollen, wenn ich... wenn ich weiß, wo ich hin will. Also wenn ich eine Map hätte. Weil so kann ich jetzt zwar rumheizen. Aber ich weiß nicht wohin. Komm, go. Scheiße da hinter die Straße. Dann... kurz den Kurs wechseln. Und... weiter geht's. Spieler sind hier auch keine, weil hier keine Zombies sind. Das muss auf jeden Fall noch gefixt werden, dass Zombies ausbauen, wenn man in einem Fahrzeug ist. Weil so weiß ich immer, wo jemand sein könnte und wo nicht, wenn ich nicht aussteige. Okay. Da rechts wäre ein Wäldchen, wo ich mein Auto verstecken könnte. Und da ist die Stadt. Nee. Ich will jetzt nicht aussteigen. Ich steige erst wieder aus, wenn ich einen abgestürzten Heli finde. Oder vielleicht sogar ein Flugheli. Ich glaube, wir haben schon mehr als genug Glück gehabt. Jetzt erst mit dem Fahrrad. Und dann noch ein Auto. Scheiße. Sackgasse. Da geht's auch nicht weiter. Mann, ich muss pinkeln. Ich will leider rauchen. Ich friere. Alles spricht dagegen, weiter zu spielen. Aber... Ich will das auch jetzt nicht hier irgendwo abstellen. Ich versuche mal wieder auf die Hauptstraße zu kommen. Ich müsste ja jetzt irgendwo gleich wieder kommen. Leute. Dicker weißer Pump. Wo war der? Nee, oder? Ihr verarscht mich. Ernsthaft. Kann nicht sein. Boah, der geht jetzt bestimmt kaputt hier so nah am Baum. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ja, okay. Der ist halb kaputt. Wie war das hier mit dem Gear? Da muss ich glaube ich... Ups. Hinten rein. Genau. Aber da ist nichts drin. Scheiße. Ich würde sagen... Aber wenn ich den reparieren, der dann hier im Baum explodiert. Engine. Theoretisch bräuchte ich in Anführungsstrichen nur Motorteile und viel, viel, viel Benzin. Alter Vater, ihr verarscht mich doch hier. Fahrrad, Auto, Heli. Scheiße, ist auch nichts drin. Was ist ein Fahrrad, der dann in der Kamera kommt. Ja, das geht. Was ist ein Fahrrad, der dann in der Kamera kommt. Was ist ein Fahrrad? Wie ist das Fahrrad? Ja, damit meine ich, ich habe noch nichts gesehen. Bäm. Der Teeterrabbit. Was soll ich denn jetzt machen hier? Ich hätte den Heli schon echt gerne. Aber ich weiß, dass der kaputt geht, wenn ich losfliege. Da wird sich der Rotor dann oder die Rotorblätter im Baum aufhängen. Oder halt, na ihr wisst schon. Auf jeden Fall werde ich explodieren beim Versuch zu starben. Alter Vater. Haben wir einen Dusel? Jetzt werde ich irgendwo noch einen fitten Heli finden. Und dann schlage ich aber eine Rolle rückwärts. Nackt. Auf dem Fahrrad. Unter Wasser. Jetzt zeichnen wir noch wegen die Umgebung hier ab. Vielleicht haben wir nochmal unverschämteres Glück. Und finden noch ein Fahrzeug. Flugzeug. Schmerz. 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 Nein, Mauer. Alter, wie geil das gewesen wäre, wenn der Heli jetzt fit wäre. Ich hätte mich gefreut wie ein kleines schwules Schnitzel. Schmerz. 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 Also ich muss jetzt vermehrt nach... Achso, da ist das Flugzeug. Nach dicken weißen Punkten suchen. Ich fahr jetzt mal da lang. Ich hoffe, die Straße endet dann nicht wieder irgendwann irgendwo. Da ist eine Kuh. Ich dachte, das ist wieder ein Fahrrad. Ah, Wand. Steiner Berg. Schmerz. 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 Den Heli hatte ich schon wieder fit gemacht. Aber... Ich... Versuch... Mir vorzustellen, dass da nie ein Heli war. Weil ich weiß, dass der dann beim Start kaputt geht. Schmerz. 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 Es geht hoch. So habe ich gedacht, ich habe ne Map. So ein Shit. Ich werde jetzt auf jeden fall erstmal ... richtig... Wieso wird es jetzt zu dunkel auf einmal? Ich geh jetzt auf jeden fall erstmal pinkeln. Vielen Dank.